Zwischen den Regenwolken und auch zwischen den einzelnen Gewittern, die am Gründonnerstag unterwegs sind, gibt es zumindest regional ein paar Lichtblicke. Aber viel wird in Sachen Sonnenschein jetzt zum Gründonnerstag nicht gehen. Maximal vier Sonnenstunden zum Beispiel hier in Bayern und in Teilen Thüringens. Aber ansonsten ist Sonnenschein magerkost, speziell im Norden und hier im Allgäu geht wenig bis gar nichts in Sachen Sonne. Und das liegt an Frontensysteme, die durchziehen. Es sind zwei Kaltfronten unterwegs. Die erste Kaltfront befindet sich hier im Nordosten, zieht im Lauf des Tages langsam nordostwärts ab. Hinter der Kaltfront am Vormittag von Ostfriesland, hier über Thüringen bis nach Bayern, längere trockene Phasen, ein bisschen Sonnenschein. Aber die nächste Kaltfront lässt sich lange auf sich warten, befindet sich hier im Südwesten, kommt im Tagesverlauf mit viel Wind hier in Bayern an, zieht auch im Lauf des Tages hier nordostwärts weiter. Dann gibt es im äußersten Norden mit ein bisschen Glück, paar Wolken, Lücken und im Westen den Übergang zu Schauerwetter. Örtlich mit kurzen Gewittern und kräftigen Windböen. Hier im Südwesten, hinter der Front, gibt es auch längere trockene Phasen, vor allem am Oberrhein und den Neckar entlang. Höchsttemperatur in den kurzen sonnigen Phasen, 10 bis 15 Grad unter den Regenwolken, hingegen nur einstellige Temperatur. Das fühlt sich ein bisschen kälter an, als es ist. Und das liegt am Wind. Der Wind, der ist mäßig unterwegs aus südwestlicher Richtung und speziell in Gewittern im Westen und in der Mitte kann es stürmische Böen geben. Und auch im Alpenvorland kann der Wind mal vorübergehend relativ zügig auf West drehen und recht stürmisch auffrischen, zumindest für kurze Zeit. Und danach ist die Wetterentwicklung spannend. Wir haben es mit einer kräftigen Südströmung zu tun, vor allem am Karsamstag. Und mit dieser kommt viel Sahara-Staub aus der Wüste zu uns angeflogen mit sehr hoher Konzentration. Und der Himmel, der wird sich eindrucksvoll verfärben und die Sonne hat es am Karsamstag dann auch relativ schwer zu formen. Karfreitag vielerorts Regen, außer südlich der Donau, hier Föhn und bis zu 21 Grad Karsamstag kommt eben der Wüstenstaub bei uns an. Sollte er nicht so dicht sein, ist in Bayern ein Sommertag möglich, aber wahrscheinlich bleiben wir glatt drunter und in den Alpen tobt auf jeden Fall Föhnsturm.